Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen ein, wir sind hier auf dem Weg zur Drachenmauer. Soweit ich mich noch erinnern kann. Und da kämpfen schon ein paar Jungs und ich weiß nicht wer mit wem. Was ist denn da los überhaupt? Da ist ein Beschwerer-Type. Wer kämpft denn dagegen? Sind da schon unsere Jungs da unten? Egal, wir schauen einmal darüber, ob wir darüber kommen werden. So, quer fällt ein, rauf. Dann mischen wir die ganze Partie, da ist eine Necromantin auch. Ja, egal. Wir mischen einfach mit, ja. Lassen unsere Leute mal vorgehen. Ja, die arbeiten wieder schon mächtig. Wer schießt denn da nicht? Und von wo? Ja, da kann man mir mit verbrennen nicht weiter, oder? Rieche, Schwenke. Ihr seid schwach, Delfinger. Nicht die Oberhandel hin. Ich ehre meinen Hörnern. Ich geh da jetzt endlich mal wieder zum altbewährten. Hau drauf und Schlussthema zurück. Ja, was haben wir denn da? Irgendein Kolbenbogen. Ein Kolben, ja, okay. Und wir haben da... Das Schwert, okay. Komm her. Langsam. Sind das schon unsere Jungs? Nein. Jetzt gehört ihr mir. Ich will euch um, wenn ich das muss. Okay. Du auch noch? Okidoki. Und da drüben? Und was ist denn schon wieder? Ein Drache, das kann ja nicht sein. Ein Feuerdrache war das. Ich kümmere mich jetzt einmal darum, dass die Jungs wieder unterstützt zu bringen. Und du? Ein Frostdrache. Okay. Dann verbrennen. Komm her. Du Feigling. Komm her. Wer schießt denn da schon wieder? Hinter uns? Ne. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Ah. Du sind jetzt schon dabei. Mittendrin. Wo ist denn der Frostdrache? Delfine, wo bist denn du? Ah. Wir laufen einfach da rauf einmal. So. Komm her. Ja. 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 Ja, ja. Ein Frostdrache und Mörd. Komm. Du bist ein rechter Fächer gewesen, ja? So. Und jetzt kann man die abtrennen. Guck mal dran. Wo sind die Jungs? Da drüben sind noch ein paar Abgeschworene. Die haben einen armen Riesen geopfert. Die sind wirklich hässlich drauf, die Jungs. Ja. Drache, tut mir leid. Du warst ja schön. Der hat ein schönes Muster gehabt. Ein Hexenrabe. Und die Jungs sind auch heftig drauf, ja? So. Wie kommen wir da rauf? Warst du das jetzt schon? Der läuft auf. So. Warum ich das Ganze überhaupt noch durchsuche, gell? Und sie praktizieren uralte Magie, heißt es. Espan, du hast recht, ja. Die sind echt heftig drauf. Seid ihr sicher, dass dies der richtige Weg ist? Ja, woher soll ich das wissen? Der Eingang muss hinter dem Lager der Abgeschworenen liegen. Sucht nach einer Schlucht oder einem Höhleneingang in der Kratzspitze. Okay. Sehr gut. Danke, sehr gut. Okay. Jungs, du noch was zum Zagen? Ich glaube, wir sind nah dran. Gehen wir weiter. Okay. Sollen wir das jetzt blühen dann hier? Gehen wir weiter. Schauen wir mal auf die Karte. Wenn das so ist, ja. War jetzt der Drache auf der Seite der Abgeschworenen oder? Genauso. Ein Böser. Wir müssen drauf, gell? Da rauf müssen wir. Okay. Aber wir könnten noch... Ja, klar. Jetzt wird ihr mir alle Steine in den Computer werfen. Nee, wir schauen da gleich weiter. Nur noch schnell darüber. Bitte eine Kiste vergessen haben. Ah, verflixt. Ah, das ist keine Schatztool. Okay. Das auch nicht. Da haben wir noch... Nein, zum Plündern. Da gibt es auch nichts. Da haben wir mich bereit. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Dann haben wir alles, ja. So, da oben müsste auch noch jemand liegen, soweit ich mich erinnern kann. Auf der Seite. Ja. Ein Späherde Abgeschworenen. Und auf der linken Seite haben wir auch ein Mädel gehabt. Die Arme, ja. Na, Großvater. Entschuldigung. Kaderspitze, okay. Zielt die Kaderspitze. Leute, ja. Bevor wir da jetzt reinhuschen, machen wir noch ein Panoramabild. Schauen, ob die uns folgen. Und machen hier mal früher fertig. Weil, wenn wir da reingehen, glaube ich, sollten wir das in einem Zug durchmachen. Okay. Gut, Leute. Ah. Bild, Dame mit Gruppe. Delfine. Großvater Refa. Da sieht er ich und meine. Und Egos. Wie heißt man, das Drachenblut naht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Das war das Dunkel. Es liebt die Megendel. Für wahr, für wahr, das Drachenblut ist da.